der urlaub ist vorbei und ich gehe euch wieder auf die nerven und zum schluss des urlaubs nach jede menge technische probleme einige von euch wenn es mitbekommen haben mir ist der rechner verreckt direkt am ersten urlaubstag und dass da viel dranhängt brauche ich nicht zu sagen aber ja eine wilde zeit waren wilder chaotischer urlaub und zum schluss waren wir dann auch noch auf der gamescom und davon möchte ich gleich einfach ein paar impressionen hier lassen wenn ihr da bock drauf habt könnt ihr euch gerne anschauen waren so zwei sachen auf die ich besonders scharf war star wars outlaws ganz klar und für mich persönlich monster hunter wilds ich bin seit monster hunter world ich großer fan des franchises und freue mich schon sehr auf wilds und da werden auch richtig gas geben und das habe ich auch angespielt aber das werden wir in einem anderen video mal behandeln aber jetzt möchte ich euch viel spaß wünschen mit den impressionen von der gamescom für alle die dann nicht da waren einfach so ein bisschen was aufgenommen waren sehr sehr schöner tag vielen dank auch an heddy den sohn und nun aus der community die dabei waren meine familie war auch mit dabei und ein paar andere freunde und ja war waren sehr sehr cooler tag also viel spaß wir sehen uns im nächsten video leute und macht's gut bei und und Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 You abdicated your choice to this child. You abdicated your choice to this child. You abdicated your choice to this child. ZDF, 2020 You abdicated your choice to this child. was verschwunden die 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 der die 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 Das ist ein Spiel, ich halte nichts zu tun. Es ist ein D, 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 D. Es ist ein effektuelles Ressourcen für Ihr Early Survival. Untertitelung des ZDF, 2020